William K. Stewart, Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes und die himmlische Herberge. Die neuen Abenteuer. Ein Bookstream-Hörbuch, gelesen von Christoph Hackenberg. Im Sommer 1885 suchte uns in der Baker Street eine junge Dame auf, um die Dienste von Sherlock Holmes in Anspruch zu nehmen. Ihr Name war Abigail Williams, und sie machte trotz ihres adretten Erscheinungsbildes einen leicht verzweifelten Eindruck. »Sie müssen mir helfen, Mr. Holmes«, flehte sie förmlich, als sie sich die blonden Locken aus dem Gesicht strich. »Niemand unternimmt etwas, obwohl etwas Schreckliches geschehen ist.« Ich reichte der armen Frau ein Taschentuch, während Holmes nachfragte, »was genau ist denn geschehen?« »Es geht um meinen Vater, George Williams«, erklärte sie schluchzend. »Er ist tot.« »Mein Beileid«, versicherte Holmes. »Bedauerlicherweise muss ich trotzdem präzise erfahren, woran er gestorben ist, wenn ich in dieser Angelegenheit aktiv werden soll. »Sehen Sie sich denn in der Lage, mir einige Fragen zu beantworten?« »Natürlich«, erwiderte Miss Williams, die sich nun um Fassung bemühte. »Deshalb bin ich ja hier.« »Gehe ich recht in der Annahme«, setzte Holmes fort, »dass es sich um einen Tod unter Fremdeinwirkung handelt?« »Davon bin ich überzeugt«, antwortete die junge Dame. »Mein Vater befand sich seit einigen Tagen auf Sommerfrische in Caterham. Und vorgestern erreichte mich auf einmal die Nachricht, er sei verstorben, aus heiterem Himmel. Er war erst 51 Jahre alt.« »Man hat doch gewiss die Todesursache untersucht«, vermutete Holmes. »Ja, das hat man«, bestätigte Miss Williams. »Zumindest vorgeblich. Der örtliche Arzt attestierte natürliche Umstände. In seinem Bericht ist von einem plötzlichen Herzstillstand die Rede.« »Nun, derartiges kann schon vorkommen«, warf ich ein. »Ein Organversagen ist nicht immer vorhersehbar, gerade bei Männern mittleren Alters.« »Das hat die Polizei auch gesagt«, berichtete die Frau. »Als ich verlangt habe, ernsthafte Ermittlungen aufzunehmen, wurde mir erklärt, es lägen keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen vor. »Doch, das kann ich nicht glauben. Ich möchte, dass der Verantwortliche überführt und bestraft wird. Daher bitte ich Sie, sich der Sache anzunehmen. Ich bin überzeugt, dass hier etwas nicht stimmt.« Holmes schüttelte den Kopf. »Es ist schwierig«, gab er zu bedenken, »Ermittlungen lediglich aufgrund eines Gefühls oder einer Ahnung zu initiieren. Ich verstehe, dass ihr unerwarteter Verlust Sie zutiefst getroffen hat und dass Sie nach einer Erklärung suchen. Doch manchmal gibt es schlichtweg keine weitere Erklärung, so schmerzlich dies auch sein mag. Ich muss gestehen, dass ich in diesem Fall nicht erkennen kann, mit welchem Ansatzpunkt ich nach einem Verbrechen suchen sollte. Es war nicht ungewöhnlich, dass Holmes hin und wieder einen Fall ablehnte. Nicht zuletzt dann, wenn es keinen eigentlichen Fall zu geben schien. Die Leute kommen bisweilen mit den bizarrsten Theorien und absurdesten Vorstellungen in die Baker Street, die keinerlei Grundlage für eine Ermittlungstätigkeit bieten. Dies mochte auch hier zutreffen, wenngleich Miss Williams nicht bereit war, das auch einzusehen. Aber nein, insistierte sie, es muss ein Verbrechen vorliegen, mein Vater würde mich nicht einfach so verlassen. »Hatten Sie denn ein enges Verhältnis?«, fragte Holmes. Miss Williams zögerte einen Moment. Dann erklärte sie, »Nein, das nicht unbedingt. Wir haben uns selten gesehen. Ich habe schon früh nach dem Tod meiner Mutter infolge einer Tuberkulose-Erkrankung mein eigenes Leben geführt. Aber das bedeutet nicht, dass ich meinen Vater nicht geliebt habe. Wir haben mit Hilfe des seltenen Kontakts wohl die traurige Erinnerung zu verdrängen versucht. »Haben Sie denn noch weitere Angehörige?«, hakte mein Freund nach. Abermals verneinte die junge Dame. »Es gibt keine anderen Verwandten. Ich bin jetzt ganz allein.« »Ich verstehe«, meinte Holmes. »Nun gehen wir einmal hypothetisch davon aus, dass Ihr Vater ermordet worden ist. Wer könnte Interesse an seinem vorzeitigen Tod gehabt haben? Hatte er Feinde? Gab es Konflikte mit anderen?« »Das glaube ich nicht«, erwiderte Miss Williams. »Mein Vater war ein herzensguter und bescheidener Mann, der allen Mitmenschen freundlich und positiv gegenüber trat. Obwohl ihn das Schicksal zu einem Witwer gemacht hatte. Er war Lehrer an einer Grundschule und bei Kollegen, Schülern und Eltern gleichermaßen beliebt und geschätzt. »Somit kann man zusammenfassen«, stellte Holmes nüchtern fest, »dass es keinen Hinweis auf ein Tötungsdelikt gibt, keine potenziellen Motive für einen Mordanschlag und auch keinen naheliegenden Täterkreis, den man verdächtigen könnte. »Es tut mir leid, Miss Williams, aber es gibt hier offenkundig nichts zu ermitteln. So tragisch die Sache auch ist.« Holmes war kein herzloser Mensch. Doch mit dieser abschlägigen Entscheidung brachte er unsere verhinderte Klientin »Neuerlich zum Weinen.« »Ich verspürte aufrichtiges Mitleid, reichte ihr ein neues Taschentuch und wandte mich an meinen Freund.« »Können wir denn überhaupt nichts tun?« »Selbst wenn wir den Beweis einer natürlichen Todesursache erbringen können, so hätte Miss Williams wenigstens Gewissheit.« Doch Holmes entgegnete knapp, »ich bin Detektiv, kein Pathologe.« »Da haben Sie recht«, bestätigte ich, »aber ich bin Mediziner und verfüge über pathologisches Wissen, so wie eine gewisse forensische Erfahrung. Was ist, wenn ich einen Blick auf den Leichnam werfe? Dies würde zumindest nicht schaden. Vielleicht hat mein Kollege aus Catherham tatsächlich etwas übersehen.« Holmes hob die Schultern. »Tun Sie nur, was Sie nicht lassen können, aber hüten Sie sich davor, der armen Miss Williams voreilige Versprechungen oder falsche Hoffnungen zu machen.« Ich nickte Holmes zu und sprach wieder die junge Dame an. »Miss Williams, ich kann für nichts garantieren, aber ich bin bereit, eine ärztliche Untersuchung vorzunehmen, um den Obduktionsbefund zu überprüfen. Entweder werde ich das Resultat verifizieren, dann gibt es tatsächlich kaum einen Grund für weitere Ermittlungen oder ich finde eine Auffälligkeit, ein etwaiges Indiz, das auf ein Fremdverschulden hinweisen würde, dann wird Mr. Holmes gewiss zusagen, in diesem Fall tätig zu werden. Mehr können wir nicht tun.« Miss Williams fasste neue Hoffnung und erwiderte »Vielen Dank, Dr. Watson. Mehr verlange ich auch nicht. Ich bin mir sicher, dass es einen Hinweis geben muss.« »Wir werden sehen«, antwortete ich. »Wo befinden sich denn die sterblichen Überreste ihres geschätzten Vaters?« »Der Körper wurde bereits einem Bestattungsunternehmen übergeben,« erklärte die junge Dame. »Hier in London. Das Institut ist in der Swains Lane beim Highgate Cemetery. Ich bin mir sicher, Mr. Seelenfried wird bereit sein.« »Seelenfried«, wiederholte ich ungläubig. »Jakob Seelenfried«. »Ganz recht«, bestätigte Miss Williams. »Das ist der Name des Inhabers. Er stammt wohl ursprünglich vom Kontinent.« »Aus Prag, um genau zu sein«, erklärte ich. »Mr. Holmes und ich hatten in der Vergangenheit bereits mit Mr. Seelenfried zu tun, im Zuge von erfolgreichen Ermittlungen.« »Oh«, rief Miss Williams allzu optimistisch. »Dann wird er sich bestimmt freuen, Sie wiederzusehen.« Ich warf Holmes einen skeptischen Blick zu und murmelte. »Da bin ich mir nicht so sicher.« Wir hatten Miss Williams nach Hause geschickt, mit der Zusage, dass ich eine Überprüfung der Obduktion ihres Vaters vornehmen würde. Daher begab ich mich in die Swains Lane, während Holmes in der Baker Street auf meine Rückkehr wartete. Als ich die Eingangstür zum Beerdigungsinstitut durchschritt, huschte Jakob Seelenfried sofort herbei und verkündete, »Willkommen bei Seelenfried, hier liegen Sie richtig.« Doch dann erkannte er mich, wodurch sich das von seinem langen weißen Bart teilweise verdeckte Gesicht verdunkelte. »Aber nicht doch. Sie sind es, Dr. Watson. Das kann nichts Gutes bedeuten. Sie sind ein schlechtes Omen, ein Totenvogel, wie man sagt.« »Ein Totenvogel?« fragte ich leicht empört. Der Bestatter hob bedauernd die Hände und sagte, »Nichts für ungut, Dr. Watson, aber jedes Mal, wenn Sie durch meine Tür treten, gibt es Probleme oder sogar Zores. Einmal verschwindet ein Leichnam zur Gänze, das andere Mal wird er filetiert wie ein Wiener Schnitzel. Diese Erfahrung lehrt mich ungemacht zu erwarten, »Aber warten Sie einen Moment. Wo ist denn Ihr seltsamer Freund?« Seelenfried sah sich zunächst ängstlich um, ehe er eine betont betrübte Miene aufsetzte. »Er wird doch nicht gestorben sein.« »Nun, dann kann ich Ihnen ein unübertreffliches Angebot machen, alles inklusive, alles höchste Qualität, zu überschaubaren Preisen. Sie wissen doch, bei Seelenfried erwartet Sie das Geschäft Ihres Lebens.« »Todsicher«, ergänzte ich schmunzelnd. »Danke, aber Mr. Holmes ist nicht tot, sondern zu Hause, bei bester Gesundheit. Er bedarf gegenwärtig keiner Beerdigung. Daher muss ich Ihr gewiss formidables Angebot ablehnen.« »Ach, wie schade«, jammerte Seelenfried. »Aber da kann man nichts machen. Ich werde warten.« Ich beschloss nun endlich, auf den Punkt zu kommen. »Hören Sie«, begann ich. »Ich bin tatsächlich mit einer Ermittlung beschäftigt und offenbar können Sie mir dabei behilflich sein. Bin ich richtig informiert, dass Sie den Leichnam von Mr. George Williams in Ihrer Obhut haben?« »Das stimmt«, antwortete Seelenfried. »Ich bin eben erst fertig geworden mit der Präparierung von Mr. Williams. Eine saubere, ja geradezu perfekte Arbeit meinerseits. Ein kleines Kunstwerk, wenn Sie mir ein wenig Eigenlob gestatten. Der Verstorbene wirkt nun wieder überaus vital, aber welches Interesse haben Sie an diesem Leichnam?« »Ich muss ihn aufschneiden«, stellte ich unumwunden fest. Der Bestatter wurde kreidebleich und griff sich ans Herz. »Sie wollen was? Meinen Kunden aufschneiden?« »So ist es«, erwiderte ich entschlossen. »Ich muss eine Obduktion vornehmen.« »Nein, nein«, protestierte Seelenfried, »das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe den Leichnam gerade erst wieder zusammengenäht und auch ansonsten instand gesetzt. Sie können doch nicht hierher kommen und meine mühsame Arbeit wieder zerstören.« »Es muss sein«, log ich ungeniert. »Es handelt sich um eine polizeiliche Anordnung. Es tut mir leid.« Der Inhaber des Beerdigungsinstituts schüttelte den Kopf. »Womit habe ich das verdient? Ich bin doch ein anständiger Mensch. Warum werde ich schon wieder bestraft? Warum trifft es immer mich? Ich habe niemandem etwas getan.« Ich hatte natürlich keine Möglichkeit, den armen Mann zu trösten, sondern musste die Sache jetzt durchziehen. »Wenn Sie gestatten«, forderte ich, »dann würde ich nun gerne den Leichnam sehen. Bei Scotland Yard wartet man dringend auf meinen Bericht.« Wieder reagierte Seelenfried mit einem Kopfschütteln. »Arbeiten bei der Londoner Polizei eigentlich Idioten. Eine Obduktion muss man doch anordnen, bevor die sterblichen Überreste einem Bestatter übergeben werden. So kann man nicht arbeiten, so kann ich nicht arbeiten. Ich verstehe dieses seltsame Land nicht. Ich habe genug. Ich gebe auf. Ich gehe zurück nach Prag.« »Würden Sie mir zuvor vielleicht noch den Leichnam zeigen?« Er suchte ich höflich. »Meinetwegen«, jammerte Seelenfried. »Sie machen ja schließlich auch nur Ihre Arbeit. Schneiden Sie ihn eben auf. Danach werde ich ihn nochmals zusammenflicken. So ist das Leben.« Wenige Minuten später lag der Leichnam von George Williams wieder auf dem Arbeitstisch von Jakob Seelenfried. Der Bestatter hatte nicht übertrieben und tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet. Der Verstorbene wirkte, als würde er lediglich schlafen. Seelenfried konnte es allerdings nicht ertragen, dabei zuzusehen, wie ich diesem Werk zu Leibe rücken würde. Daher ließ er mich für die Obduktion allein und verschwand wieder in den vorderen Geschäftsräumlichkeiten. Der Vollständigkeit halber versicherte ich mich zunächst, dass der Körper keine äußerlichen Wunden oder Verletzungen aufwies, die von einem tätlichen Angriff stammen könnten. Aber das war ja auch nicht zu erwarten gewesen. Zudem konnte ich feststellen, dass der Tote ein eher untergewichtiger, aber grundsätzlich athletischer Mann gewesen war. Das Gesicht war zwar kantig, strahlte jedoch Gutmütigkeit aus. Es war eine kleine Überwindung, den Frieden des Verstorbenen nochmals zu stören, indem ich den Oberkörper aufschnitt, um die Organe freizulegen. Ich will es kurz machen, denn die genauen Untersuchungsmethoden tun wenig zur Sache. Es war mir nicht möglich, irgendeinen Hinweis zu finden, der auf einen Mord etwa in Form einer Vergiftung schließen ließe. Trotzdem machte ich im Bauchraum eine bemerkenswerte Entdeckung. Zunächst zog eine vergrößerte Leber mein Interesse auf sich, an der ich Metastasen feststellen konnte. Wie sich in weiterer Folge herausstellte, handelte es sich um Tochtergeschwülste eines Pankreaskarzinoms, eines bösartigen Tumors, der die Bauchspeicheldrüse betraf. Und sich aggressiv ausgebreitet hatte. Das Krankheitsstadium wäre, zumindest operativ, noch behandelbar gewesen, was Mr. Williams aber auch keine längere Lebenszeit als maximal ein halbes Jahr beschert hätte. Am Ende wäre eine palliative Begleitung nötig gewesen. Der vor mir liegende Mann hätte die Krankheit bestimmt nicht überlebt. War jedoch nicht an ihr gestorben. Mit diesem leicht überraschenden Wissen fuhr ich in die Baker Street zurück, während sich der arme Seelenfried daran machen musste, die Folgen meiner Obduktion wieder zu bereinigen. Als ich Holmes gegenüber trat, begrüßte mich dieser mit der Bemerkung, »Ah, Watson, was ist es denn, das Sie gefunden haben?« »Woher wollen Sie wissen, dass ich etwas gefunden habe?« Entgegnete ich. Holmes hob die Schultern. Nun, andernfalls wären Sie schon früher zurück gewesen. Liegt ein Mord vor, wie Miss Williams vermutet? »Das weiß ich nicht, mußte ich eingestehen. Einen konkreten Hinweis darauf gibt es nicht. Aber derartiges ist angesichts der verstrichenen Zeit auch schwer festzustellen. Aber ich konnte feststellen, dass Mr. Williams an einer schweren Krankheit litt, an einer Tumorerkrankung. »Siehe da«, rief Holmes, »dann haben wir also die Todesursache?« Ich verneinte mit dem Kopf und fügte hinzu, »Ich denke nicht, dass er daran gestorben ist. Der Zustand war ernst, aber noch nicht lebensbedrohlich. Bei entsprechender Behandlung hätte Mr. Williams bestimmt noch ein halbes Jahr überlebt. Gleichzeitig darf man annehmen, dass er sich seiner Situation bewusst war. Denn er musste unweigerlich Beschwerden und Symptome aufweisen, zum Beispiel Stärke, permanente Bauch- und Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme oder Gewichtsverlust. Mit diesen hat er wahrscheinlich einen Arzt konsultiert und eine entsprechende Diagnose erhalten. Und hier stellen sich Fragen. Denn offenbar entschied sich Mr. Williams gegen einen operativen Eingriff, der rasch erfolgen musste. Außerdem sah er davon ab, seine einzige Tochter von seiner Erkrankung in Kenntnis zu setzen. Schließlich war sie bei ihrem Besuch der Meinung, Ihr Vater wäre völlig gesund gewesen. Holmes überlegte einige Zeit, bevor er sich von seinem Stuhl erhob und verkündete, »Ich übernehme den Fall.« Ich war irritiert und erwiderte, »Es gibt vielleicht keinen Fall. Ein geschwächter Organismus kann ungeachtet der eigentlichen Erkrankung einer anderen natürlichen Todesursache den Weg ebnen. Um diesen Gedanken ein wenig zu überzeichnen, »Es ist möglich, dass Mr. Williams letztlich an einer schlichten Erkältung gestorben ist.« »Davon gehe ich nicht aus«, entgegnete Holmes. »Doch das spielt einstweilen keine Rolle.« »Und inwiefern wollen Sie nun ermitteln?«, hakte ich nach. »Ganz einfach«, versicherte Holmes. »Wir werden Ihren Kollegen in Caterham aufsuchen, der als Todesursache einen plötzlichen Herzstillstand in seinen Bericht geschrieben hat. Es ist wohl kaum möglich, dass ihm bei der Obduktion die Krebsgeschwüre entgangen sind, nicht wahr? Hier stimmt etwas nicht. Warum hat er die Erkrankung verschwiegen?« Mein Freund hatte natürlich Recht. Der fragliche Arzt musste entweder ein entsetzlicher Stümper sein oder ein Lügner. Wir informierten Miss Williams darüber, dass wir in ihrem Fall tätig werden würden, behielten das Wissen über die Erkrankung einstweilen aber noch für uns. Holmes sprach lediglich von möglichen Unregelmäßigkeiten, die einer Überprüfung vor Ort bedurften. Unsere nunmehrige Klientin war damit zufrieden und überaus glücklich, dass nun ernsthafte Ermittlungen beginnen würden. Holmes und ich bestiegen bei der London Bridge einen Zug in Richtung Süden, der über Pearly nach Caterham fuhr. Eine Reise von etwa 16 Meilen. Unterwegs brachte ich Holmes den aktuellen Forschungsstand der Onkologie näher. Doch er schien sich dafür nur bedingt zu interessieren. Ich konnte ihm ansehen, dass er inzwischen tatsächlich ein Verbrechen witterte, wenngleich es dafür keinerlei Beweise gab. Am Bahnhof von Caterham erkundigten wir uns nach der Adresse des örtlichen Arztes. Wie sich herausstellte, befand sich die Praxis von Dr. James Wilson in Gehweite und wir machten uns auf den kurzen Fußmarsch. Als wir die Ordination betraten, fanden wir ein leeres Wartezimmer vor. Daher gingen wir gleich weiter zur Tür des Behandlungsraumes und klopften an. Von drinnen rief eine Stimme »Bitte, kommen Sie nur herein!« Wir folgten der Aufforderung und standen so dann meinem Kollegen gegenüber. Es handelte sich um einen jungen Mann, der gewiss noch nicht allzu lange praktizierte. Das schwarze Haar war ordentlich frisiert, der weiße Ärztkittel so sauber, als wäre er eben erst aus der Wäsche gekommen. Dr. Wilson erkannte zweifellos, dass wir von außerhalb kamen, denn die Patienten seiner kleinen Ortschaft waren gewiss von überschaubarer Zahl. »Was kann ich für Sie tun, meine Herren?« fragte er mit freundlicher Miene. Als Medizinerkollege übernahm zunächst ich die Gesprächsführung. »Mein Name ist Dr. John Watson und dies ist Mr. Sherlock Holmes. Wir kommen aus London. Wir untersuchen das Ableben eines gewissen George Williams. Unseren Unterlagen zufolge haben Sie den Totenschein ausgestellt. Ist das korrekt?« Wilson zögerte einen Augenblick und wirkte sichtlich nervös. »Williams«, wiederholte er langsam. »Ja, das trifft wohl zu. Ein plötzliches Herzversagen, aber was gibt es diesbezüglich denn zu untersuchen?« »Nun sehen Sie, Dr. Wilson«, setzte ich fort, »im Falle einer unklaren Todesursache zu dem angesichts des keineswegs greisen Alters von Mr. Williams, haben Sie doch gewiss eine professionelle Obduktion durchgeführt und hierbei auch die inneren Organe in Augenschein genommen?« »Gab es hierbei denn keine Auffälligkeiten?« Wilson schüttelte unsicher den Kopf und erwiderte, »Was denn für Auffälligkeiten?« »Nein, keine Verletzungen oder Schädigungen, die ein Fremdverschulden annehmen ließen, wenn Sie das meinen.« »Der Herztod war die logische Schlussfolgerung.« »Eigentlich geht es um etwas anderes«, erklärte ich. »Ich habe persönlich eine weitere Obduktion vorgenommen und dabei Metastasen an der Leber sowie als Ursache einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse gefunden. Der Verstorbene hatte Krebs. Und nun frage ich mich, wie Sie dies übersehen konnten.« »Ein Karzinom? Tatsächlich?« stammelte Wilson. »Dann habe ich mich wohl getäuscht. Welch peinlicher Irrtum.« »Halten Sie uns nicht zum Narren,« forderte ich etwas unwirsch. »Natürlich haben Sie bei Ihrer Untersuchung die Erkrankung festgestellt. Wir wollen nur wissen, warum davon nichts in Ihrem Bericht steht. Und der Allgemeine Medizinrat sowie die Polizei hätten darauf bestimmt ebenfalls gerne eine Antwort.« Wilson ließ sich auf einen Stuhl fallen und vergrub für ein paar Sekunden sein Gesicht in seinen Händen. Dann blickte er uns ängstlich an und meinte, »Es steht deshalb nichts in meinem Bericht, weil ich keine Untersuchung durchgeführt habe, zumindest keine wirkliche. Ich habe lediglich eine Obduktion vorgetäuscht. Da das Ergebnis ohne dies schon feststand ist, sollte ein plötzlicher Herzstillstand sein. Ich konnte ja nicht wissen, dass später ein Pankreaskarzinom entdeckt wird.« »Was meinen Sie damit?« Wollte Holmes wissen. »Dass das Ergebnis bereits feststand?« »Hat man Sie dazu angestiftet, ein Herzversagen als Todesursache zu attestieren?« »Ja«, bestätigte Wilson. So lautete der Auftrag. »Wessen Auftrag?« hakte Holmes sofort nach. »Josephine und Gene Campton haben mich darum gebeten,« antwortete mein Kollege. »Die beiden Schwestern betreiben die Herberge, in der Mr. Williams abgestiegen ist. Mir wurde versichert, dass er friedlich im Schlaf gestorben war und dass man zur Vermeidung von Problemen eine rasche Bestätigung bräuchte.« »Und diesem Wunsch sind Sie nachgekommen?« empörte ich mich. »Es ist nicht leicht, als einfacher Landarzt zu überleben,« verteidigte sich Wilson. »Meine Einnahmen decken kaum die Ausgaben. Die Camptonschwestern haben mich mit ein wenig Geld unterstützt.« Ich war zutiefst erschüttert und rief, »Verfügen Sie denn über keinerlei medizinische Ethik oder über normale menschliche Moralvorstellungen? Es ist gut möglich, dass Sie hier im Gegenzug für Schweigegeld einen Mord gedeckt haben.« »Einen Mord?« wiederholte Wilson irritiert. »Aber Sie sagten doch, Williams sei an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben?« »Sie müssen besser zuhören, denn das habe ich nicht gesagt,« entgegnete ich. »Die Krebserkrankung war nicht die Todesursache. Sie hat uns lediglich auf Ihre Spur gebracht.« Wilson griff sich an die Stirn und schüttelte dann den Kopf. »Es war trotzdem kein Mord,« behauptete er. »Das ist unvorstellbar. Die Camptonschwestern sind herzensgute ältere Damen. Sie müssen bereits um die siebzig Jahre alt sein. Wie und warum sollten die beiden Mr. Williams ermorden? Nein, es muss eine andere Erklärung geben. Vielleicht war es ja wirklich ein plötzlicher Herzstillstand.« »Es ist aber auch denkbar,« erwiderte ich, »dass dieses Herzversagen eine unmittelbare Ursache hatte, womöglich durch die Farbreichung von Gift.« »Das glaube ich nicht,« insistierte Wilson. »Sie müssten Josephine und Jean nur kennenlernen, um zu sehen, dass sie keine Mörderinnen sind.« »Wir werden sie kennenlernen,« versicherte Holmes. »Und sie uns. Gleich im Anschluss suchen wir die beiden auf.« »Sie werden mich doch nicht melden,« stotterte Wilson. »Sind sie noch bei Trost?« entgegnete ich entrüstet. »Sie fingieren eine Obduktion und stellen einen gefälschten Todesschein aus. Sie sind womöglich bei der Vertuschung eines Verbrechens beteiligt. So jemand wie Sie ist gänzlich ungeeignet, als Arzt zu praktizieren.« »Doch Holmes unterbrach meine Anklage.« »Wir werden sehen,« warf er ein. »Einstweilen ersuche ich sie nachdrücklich mit niemandem über die Sache oder über unseren Besuch zu sprechen. Sobald alles geklärt ist, wird sich zeigen,« »Welche Schuld auf ihnen lastet.« »Wir verließen meinen untragbaren Kollegen,« »der uns noch die Adresse der fraglichen Herberge nannte und dann in Verzweiflung und Selbstmitleid versank.« »Wenn es nach mir ginge, gehörte dieser entweder überaus ruchlose oder aber völlig naive Kerl ins Gefängnis.« »Doch Holmes hatte Recht.« »Eines nach dem anderen.« Wir erreichten die Herberge wiederum zu Fuß, da sie nicht weit von der Arztpraxis entfernt war. Vor dem Gebäude angekommen, konnten wir das Gewerbeschild sehen, das der Einrichtung den seltsamen Namen »Wolke Nummer 9« gab. Holmes trat als erster ein, blickte sich kurz um und ging dann schnurstracks zur Rezeption. An dieser stand eine ältere Dame mit grauen Locken, die uns mit einem freundlichen Gesicht empfing. »Guten Abend, meine Herren«, begrüßte sie uns. »Willkommen auf Wolke Nummer 9«, »hier fühlen Sie sich wie im siebten Himmel.« »Mein Name ist Josephine.« »Suchen Sie nach einer Übernachtungsmöglichkeit.« Während ich mich über die Zahlenverwirrung wunderte, bestätigte Holmes. »Ganz Recht. Mein Name ist Raymond Davis »Und dies ist mein Bruder David Davis.« »Wir benötigen eine Unterkunft, bevor wir morgen zurück nach London reisen.« »Sie sind Brüder?« fragte die Dame. »Wie schön. Eine enge Beziehung zwischen Geschwistern ist immer wunderbar.« »Sie müssen wissen, ich leite diese Herberge gemeinsam mit meiner Schwester, Jean. Sie wird sich freuen, sie kennenzulernen.« »Es wird auch uns eine Freude sein«, erwiderte Holmes lächelnd. »Haben Sie denn ein Zimmer für uns?« »Selbstverständlich«, antwortete Josephine. Sie nahm einen Schlüssel von einem Haken und überreichte ihn meinem Freund und nunmehrigen Bruder. »Zimmer Nummer 8 im Obergeschoss. Sehr gemütlich, zwei getrennte Betten. Wenn Sie sich rasch frisch machen wollen, dann erwarten wir Sie in einer halben Stunde zum Abendessen. Es gibt Wildschwein-Ragout.« »Danke«, sagte Holmes und gab mir zu verstehen, dass wir nun unser Zimmer beziehen würden. Als wir oben alleine waren, widmete ich mich zunächst einem Randthema. »Ich muss doch bitten, Holmes. David Davis. Etwas Besseres ist Ihnen nicht eingefallen. Das nächste Mal suche ich unsere Tarnnamen aus.« »Wie Sie wünschen, Watson«, meinte Holmes ungerührt. »Doch wäre es angebracht, wenn wir uns nun auf unsere Ermittlungen konzentrieren. Dr. Wilson hatte recht. Zumindest die eine Schwester macht nicht unbedingt den Eindruck, eine kaltblütige Mörderin zu sein.« »Das ist nur Fassade«, entgegnete ich. »Es ist doch offensichtlich, dass hier etwas nicht stimmt. Wolke Nummer neun, siebter Himmel, was soll das? Diese Josephine mag wie eine gutmütige Großmutter aus dem Bilderbuch wirken, aber ich traue ihr und ihrer Schwester nicht über den Weg. Wir müssen vorsichtig sein.« »Gewiß«, bestätigte Holmes. »Wir wissen schließlich nicht, was hier geschehen ist. Sehen wir uns zunächst die Räumlichkeiten an. Im Untergeschoss befindet sich der Eingangsbereich, der geradeaus zur Rezeption führt. Links der Speisesaal und dahinter die Küche. Rechts der Wohnbereich der Kempten-Schwestern sowie zwei Gästezimmer. Im Obergeschoss fünf weitere Zimmer, aber nur drei davon sind belegt, unseres mitgerechnet.« »Woher wissen Sie das?«, wollte ich wissen. »Ich habe die verbliebenen Schlüssel an den Haken hinter der Rezeption gezählt«, antwortete Holmes. »Es wäre zweckdienlich, mein lieber Watson, wenn Sie Ihr Misstrauen in erhöhte Aufmerksamkeit und Beobachtung umwandeln könnten.« »Ich werde mich bemühen«, versprach ich etwas kleinlaut. »Worauf soll ich achten?« »Wir werden uns nun in den Speisesaal begeben«, erläuterte Holmes. »Alles, was ungewöhnlich erscheint, könnte von Bedeutung sein. Die Einrichtung, das Prozedere, das Verhalten der Schwestern, die anderen Gäste, strengen Sie sich an, Watson, sonst landen Sie morgen am Obduktionstisch Ihres Kollegen Dr. Wilson.« Ich ignorierte den geschmacklosen Scherz meines Freundes und nickte ihm lediglich zu. Doch Holmes hatte noch einen Pfeil im Köcher und ergänzte, »Gut, dann schreiten wir zum Abendmahl. Möge es nicht unser Letztes sein.« Der Speisesaal verfügte über acht kleinere Tische. Die Wände waren in enger Abfolge mit Gemälden behängt, über deren Geschmack und Stilsicherheit zu streiten gewesen wäre. Selbiges galt für Teppich und Tapete. Als wir eintrafen, begrüßte uns Josephine und wies uns einen der Tische zu, an dem wir zu zweit Platz nahmen. An einem anderen Tisch saß ein älterer Herr mit dicker Brille, an einem weiteren ein jüngeres Paar. Es war davon auszugehen, dass sich momentan keine weiteren Gäste im Haus befanden. Wir nickten unseren vorübergehenden Mitbewohnern freundlich zu, diese reagierten ebenso. Das Essen und die Getränke wurden von Jean Campton mit einem Servierwagen gebracht. Sie glich ihrer Schwester beinahe aufs Haar, doch sie trug im Gegensatz zu Josephine eine Brille. »Sie müssen die Brüder Davis sein«, sagte sie, als sie zu unserem Tisch kam. »Es freut mich sehr, dass Sie unsere Gäste sind. Ich hoffe, Sie mögen Wildschwein-Ragout. Es handelt sich um eines meiner Spezialrezepte.« »Vielen Dank«, erwiderte Holmes. »Es wird uns gewiss munden.« Als wir an unserem Tisch wieder alleine waren und Holmes von seinem Teller probieren wollte, fiel ich ihm in den Arm und flüsterte. »Was tun Sie denn da? Vielleicht ist das Essen vergiftet.« »Machen Sie sich nicht lächerlich«, entgegnete Holmes. »Sollten diese netten Damen tatsächlich Mörderinnen sein, so werden Sie derartig kurz nach einer Tat nicht zum Massenmord an gleich fünf Gästen übergehen. Zumal dies dann nicht einmal mehr Dr. Wilson erklären könnte.« Holmes mochte recht haben. Dennoch stocherte ich zunächst ziellos auf meinem Teller herum. Erst nach fünf Minuten begann ich ebenfalls zu essen mit der Bemerkung. »Nun schön, Holmes.« »Nachdem Sie bis jetzt noch nicht leblos von Ihrem Stuhl gefallen sind, dürfte mit dem Wildschwein-Ragout alles in Ordnung sein.« »Guten Appetit!« Der Rest des Abendmahls verlief ebenso ohne besondere Vorfälle. Im Anschluss lud man uns noch zu einem Drink an den offenen Kamin, wo die Schwestern und alle Gäste zusammenkamen. Ich entschied mich für ein Glas Scotch. Holmes bevorzugte einen französischen Kognak. Der ältere Herr erwies sich im Zuge der Vorstellungsrunde als ein Armee-Offizier im Ruhestand, der auf seine alten Tage kreuz und quer durch England zu reisen beliebte. Das Paar war tatsächlich verlobt und hatte sich in der Nähe ein Haus angesehen, das die beiden als gemeinsamen Wohnsitz zu erwerben gedachten. Als die Reihe an uns kam, mussten wir improvisieren, was mich nervös und Holmes Spaß machte. »Wir sind Handelsreisende«, behauptete er. »Unser kleines gemeinsames Unternehmen Davis & Davis bietet medizinische Werkzeuge und Arzneimittel an. Und so fahren wir durchs Land und besuchen potenzielle Kunden. Heute haben wir hier in Catherham Dr. James Wilson besuchte. Morgen fahren wir über London weiter nach Oxford. Der gute Dr. Wilson warf Josephine ein noch junger, aber sehr bemühter Arzt. Hat er Ihnen denn etwas abgekauft? Diesbezüglich darf ich nicht alles verraten, antwortete Holmes, denn schließlich verlassen sich unsere Kunden auf ein gewisses Maß an Diskretion. Ich kann lediglich sagen, dass seine Bestellung überschaubar war, aber er leitet ja auch nur eine verhältnismäßig kleine Praxis. Er hat uns jedoch ihre Herberge wärmstens empfohlen und ich muss feststellen, er hat nicht zu viel versprochen. An dieser Stelle sah ich die Möglichkeit, den Schwestern auf den Zahn zu fühlen. Er hat uns aber auch eine etwas betrübliche Geschichte erzählt, erklärte ich. Stimmt es denn, dass sie vor kurzem hier einen Todesfall zu beklagen hatten? Holmes verdrehte ob meiner unbedachten Direktheit die Augen, doch Gene Campton reagierte auf erstaunlich ruhige Weise. Das ist leider wahr, Mr. Davis, bestätigte sie mit sanfter Stimme. Der arme Mr. Williams, wir kannten ihn nur kurz, doch war er ohne jeden Zweifel ein herzensguter Mensch, immer freundlich und zuvorkommend. Ein schöner Trost ist, dass er sich hier überaus wohlfühlte und somit frohen Gemüts dahinschied, Gott sei seiner Seele gnädig. Er sah so friedlich und zufrieden aus, fügte Josephine hinzu, als wir ihn am Morgen leblos in seinem Bett fanden. Er war nicht zum Frühstück erschienen, daher ging nachsehen. Der ewige Schlaf hatte ihn ergriffen, doch bestimmt direkt in den Himmel geführt. In unserem Alter pflegt man ein anderes Verhältnis zum Tod. Er ist nicht bedrohlich, sondern die Aussicht auf die Glückseligkeit im Jenseits. Dies gilt umso mehr, wenn das Leben ihm diesseits mit Mühen und Schicksalsschlägen verbunden war. Mr. Williams war bereits Witwer, obwohl erst Anfang fünfzig, jetzt ist er wieder mit seiner Gattin glücklich vereint. Nach dieser herzerwärmenden Geschichte trank ich meinen Scotch in einem Zug aus und bedeutete Holmes, dass es Zeit war, uns zurückzuziehen. Wir wünschten den Kempten Schwestern und den anderen Gästen eine gute Nacht und kündigten uns für acht Uhr zum Frühstück an. Als wir wieder auf unserem Zimmer waren, besprachen wir unsere Beobachtungen. Was sagen Sie, Holmes, begann ich. Die Schilderung über das Ableben von Williams gestaltete sich recht befremdlich, erfinden Sie nicht. Ich sage Ihnen, die Schwestern sind nicht so harmlos, wie sie sich geben. Sie haben Williams ermordet und die Tat danach mit der Hilfe von Dr. Wilson vertuscht. Immer langsam, Watson, ermahnte mich mein Freund. Für diese Annahme existiert bislang nicht der geringste Beweis. Darüber hinaus würde mich interessieren, welches Motiv Sie Josephine und Gene unterstellen, Sie haben sie doch gehört, entgegnete ich. Sie sprachen über seinen Tod, als wäre es eine Erlösung gewesen. Sie haben Williams ermordet, weil sie es für richtig und angebracht hielten. Offenkundig sind diese Schwestern nicht mehr bei bester geistiger Gesundheit, sondern verrückt und gefährlich. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Holmes schüttelte den Kopf. Sie können einen potenziellen Täter nicht einfach für verrückt erklären, weil sie kein Motiv finden. Man überführt einen Täter, indem man ihm Gelegenheit, Motiv und Mittel nachweist. Nun mag vielleicht die Gelegenheit vorliegen, aber sonst nichts. Und die Vertuschung durch Dr. Wilson? fragte ich. Das ist zumindest ein starkes Indiz. Aber kein Beweis, beharrte Holmes. Hören Sie, Watson, ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass Josephine und Gene für den Tod von Williams verantwortlich sind. Doch wir benötigen handfeste Fakten, um sicher zu gehen, schließlich muss eine etwaige Anklage auch vor Gericht standhalten. Sie haben Recht, wir brauchen die Tatwaffe, konstatierte ich. Bestimmt gibt es hier im Haus einen Giftschrank. Wenn wir den finden, dann haben wir etwas in der Hand. Wir warten, bis alle tief und fest schlafen, und dann machen wir uns auf die Suche. Es dauerte bis nach Mitternacht, bis wir sicher sein konnten, dass niemand außer uns wach war. Ausgestattet mit einer altertümlichen Öllampe, die auf meinem Nachttisch stand, verließen wir unser Zimmer und schlichen auf leisen Sohlen, das heißt ohne Schuhe, die Treppen hinunter ins Erdgeschoss. Für mich war klar, dass wir uns Zugang zur Küche verschaffen mußten, denn dies war abgesehen von den Schlafgemächern der Schwestern der einzige Bereich, der für Gäste eigentlich nicht zugänglich war. Umso überraschter war ich, als wir die Tür unverschlossen vorfanden. Im schwachen Licht der bewusst reduzierten Flamme untersuchten wir die Schränke nach ihrem Inhalt, wobei wir uns um ein möglichst lautloses Vorgehen bemühten. Wir entdeckten Kochtöpfe, Teller und Schüsseln, Gläser und Tassen, Besteck sowie diverse Lebensmittel, all das, was man in einer Küche nun mal erwarten würde. Auch ohne ein Wort zu sprechen, merkte ich Holmes an, dass sich sein Optimismus zunehmend in Grenzen hielt. Vermutlich hielt er die ganze Aktion inzwischen für sinnlos. Doch dann fand ich einen Hängeschrank, auf dem ein Eskulap-Stab gemalt war. Zweifellos befanden sich darin die Arzneimittel des Hauses und unter diesen auch solche, die bei entsprechender Dosierung tödlich sein konnten. Ich öffnete die ebenfalls unverschlossene Schranktür und stellte binnen Sekunden fest, dass man hier alles hatte, was für einen Giftmord notwendig war. Eisenhut, Tollkirsche, Fingerhut und Schierling in unterschiedlichen Formen sowie natürlich Ersehen. Und es spielte keine Rolle, welches Mittel nun konkret bei der Ermordung von Williams zur Anwendung gekommen war. Ich winkte Holmes herbei und präsentierte ihm meinen Fund. Sehen Sie, flüsterte ich, diese Küche ist eine Giftküche. All dies gibt es in jeder beliebigen Apotheke, entgegnete mein Freund. Einiges wirkt schließlich in geringer Dosierung als Medikament. Das meiste davon haben wir selbst vorrätig zu Hause in der Baker Street. Natürlich, erwiderte ich, aber Sie sind Chemiker und ich bin Arzt. Das ist etwas anderes. Ich denke nicht, dass diese toxischen Substanzen der Gäste Bewirtung zuträglich sind. Kommen Sie, wir müssen diese Beweismittel sichern und danach die Polizei verständigen. Offenbar war unser kurzes Gespräch nicht leise genug. Plötzlich hörten wir Schritte, die sich langsam der Küchentür näherten. Wir sahen uns hektisch um, doch es gab keinen anderen Ausgang. Wir saßen in der Falle. Als das Licht anging, standen Josephine und Gene in der Tür. Was ist denn hier los? fragte Gene überrascht. Was tun Sie hier mitten in der Nacht, meine Herren? Es war wieder Zeit für eine Improvisation. Ich konnte aufgrund starker Kopfschmerzen nicht einschlafen, behauptete ich. Daher war beschlossen, wir nachzusehen, ob Sie vielleicht ein Mittel dagegen in Ihrem Arzneischrank hätten. Sie hätten auch einfach fragen können, stellte Josephine fest. Gewiss, beteuerte ich sofort, doch es erschien uns unhöflich, Sie zu solch fortgeschrittener Nachtstunde zu wecken, deshalb haben wir es lieber auf eigene Faust versucht. sehr rücksichtsvoll, attestierte Jean. Trotzdem erscheint mir das Ganze ein wenig seltsam. Sie sind doch Handelsvertreter für Medikamente und da haben Sie kein Mittel gegen Kopfschmerzen in Ihrem Gepäck. Ich musste einsehen, dass meine Improvisation fehlerhaft war, probierte es jedoch mit einer weiteren Ausrede. Doch, natürlich, aber das ist aus, Dr. Wilson hat uns alles abgekauft. Jean wandte sich an ihre Schwester. Und glaubst du das? Ich denke, Mr. Mr. Davis sind nicht diejenigen, als die sie sich ausgeben. Womöglich handelt es sich um einen Schleichdiebe. Gut möglich, bestätigte Josephine. Sollen wir die Polizei rufen? An dieser Stelle beschloss ich, in die Offensive zu gehen. Tun sie das, forderte ich. Sonst werde ich es tun. Josephine machte ein verständnisloses Gesicht. Sie wollen die Polizei rufen? Aber warum denn? Sie haben recht mit der Annahme, erklärte ich, dass wir uns in ihrer Herberge unter einem falschen Namen angemeldet haben. Ich bin Dr. John Watson und mein Bruder hier ist in Wirklichkeit der berühmte Detektiv Sherlock Holmes. Ein Detektiv? wiederholte Gene ungläubig. Ermitteln Sie in einem Fall? Unter unseren Gästen befindet sich hoffentlich kein Verbrecher? Langsam war ich mit meiner Geduld am Ende. Es geht nicht um Ihre Gäste, erläuterte ich, sondern um Sie beide. Um uns, fragte Josephine unsicher. Was haben wir denn getan? Gene, hast du irgendetwas getan, wovon ich wissen sollte? Die andere Schwester schüttelte den Kopf. Nein, ich nicht, du etwa? Ich auch nicht, versicherte Josephine, um sich dann wieder an Holmes und mich zu wenden. Sind Sie denn sicher, dass Sie am richtigen Ort ermitteln? Hier muss sein Irrtum vorliegen. Jetzt ist es aber genug, entfuhr es mir in einem etwas lauteren Ton, der die beiden älteren Damen sichtlich einschüchterte. Es geht um den Tod von George Williams. Wir wissen, dass Sie Dr. Wilson um eine falsche Todesursache ersucht haben. Wir wissen, dass sich in diesem Schrank genug Gift für eine ganze Reihe von Morden befindet und daher komme ich zu dem Schluss, dass Sie beide Mr. Williams ermordet haben. Ermordet? stammelte Gene. Um Himmels Willen, nein, wir haben niemanden ermordet. So etwas würden wir niemals tun. Ich atmete tief durch, ehe ich gefasst und ruhig sagte, die Beweise sind eindeutig, sie sind überführt, den Rest werden die Gerichte klären. Die beiden Schwestern waren den Tränen nahe, doch mein Mitleid hielt sich in Grenzen. Diesen Ermittlungserfolg konnte ich stolz auf meine Fahnen heften, denn Holmes war diesmal keine große Hilfe gewesen und hielt sich auch jetzt im Hintergrund. Sind wir verhaftet? jammerte Josephine sichtlich von Angst getrieben. Ich räusperte mich und erklärte, nun ich bin Arzt, kein Polizist, aber sobald die Polizei eintrifft, wird diese zweifellos eine Verhaftung aussprechen. Ich rate Ihnen zu einem umfassenden Geständnis, dann wird der Richter vielleicht milde urteilen. Jean ergriff die Hände ihrer Schwester und blickte ihr in die Augen. Es hilft nichts mehr, meinte sie. Es ist vorbei, wir müssen es ihnen sagen. Josephine schluchzte nochmals, dann nickte sie. Ich weiß, wir müssen für unser Handeln die Verantwortung übernehmen. Sie gestehen also den Mord an Mr. Williams, suggerierte ich mit dem Ausdruck des Triumphes auf meinem Gesicht. Zu meiner Überraschung antwortete Jean. Nein, Dr. Watson, vielleicht sind sie ja ein guter Arzt, aber wohl kein guter Ermittler. Wie schon gesagt, wir haben niemanden ermordet. Und warum ist Mr. Williams dann tot? hakte ich nach. Er ist doch nicht von selbst gestorben, auch wenn uns Dr. Wilsons Bericht dies glauben machen wollte. Gewissermaßen war es so, erwiderte Jean. Der unglückliche Mr. Williams hat Selbstmord begangen. Selbstmord, rief ich spöttisch, das ist ja lächerlich. Es ist die Wahrheit, insistierte Josephine. Er hat sich selbst vergiftet. Als ich ihn am fraglichen Morgen fand, war es zu spät. Mir dämmerte, dass diese Möglichkeit nicht auszuschließen war, weswegen ich fragte, für diese Behauptung haben sie wohl keinen Beweis, nicht wahr? Doch Jean ging zu einem Regal mit Kochbüchern und zog dazwischen ein Blatt Papier hervor. Es gibt einen Beweis, verkündete sie, denn Mr. Williams hat einen Abschiedsbrief verfasst, bevor er sich das Leben nahm. Hier ist er. Er schreibt, dass er todkrank ist und nur noch wenige Monate zu leben hätte und dies unter erheblichen Schmerzen. Er hat sich gegen den langsamen qualvollen Tod entschieden und wollte stattdessen ein selbstständiges sofortiges Ende setzen. Mit diesen Worten überreichte mir Jean das Blatt Papier. Ich überflog es kurz und stellte fest, dass der Inhalt ihrer Beschreibung entsprach und von George Williams unterzeichnet war. Während ich den Brief an Holmes weiterreichte, stellte ich die naheliegende Frage, aber warum haben sie denn den Suizid vertuscht, weil es in ihrem Haus passiert ist? Nein, antwortete Josephine, wir haben es wegen seiner Tochter getan. Mr. Williams hat uns während seines Aufenthaltes von ihr erzählt. Es ist schlimm genug, auch noch den zweiten Elternteil zu verlieren, aber noch schlimmer, wenn dies aufgrund eines Selbstmordes geschieht. Wir wollten ihr diese Schmach und die Selbstzweifel ersparen. Wir waren der Ansicht, sie würde ein natürliches Ableben, auch wenn es überraschend kam, leichter verkraften als einen Selbstmord. Daher haben wir den Abschiedsbrief versteckt, die Behälter mit dem Gift vernichtet und Dr. Wilson um seine Unterstützung gebeten. Vielleicht hatten wir kein Recht, dies zu tun, aber wir waren uns sicher, dass es das Richtige war und besser für Abigail Williams. Welch eine Ironie warf Holmes ein, der die Geschehnisse bislang interessiert, aber schweigend verfolgt hatte. Denn es war Abigail, die uns aufsuchte, und der festen Überzeugung war, dass der plötzliche Herztod nicht stimmen konnte. Nur deswegen haben wir die Ermittlungen aufgenommen. Die junge Miss Williams hatte grundsätzlich also das richtige Gespür, wenngleich nicht in jeder Hinsicht, denn sie ging von einem Mord, nicht von Selbstmord aus. Dies war der Zeitpunkt für mich um eine Entschuldigung anzubringen. Meine Damen, es tut mir sehr leid, sie fälschlich des Mordes bezichtigt zu haben. Ich bin untröstlich. Ihr Verhalten angesichts des Suizids von Mr. Williams kann ich aber trotzdem nicht billigen, selbst wenn die besten Absichten dahinter standen. Und was geschieht nun? fragte Josephine vorsichtig. Holmes überlegte einige Sekunden, dann meinte er, wo kein Kläger, da kein Richter. Zwar liegen hier Gesetzesverstöße vor, doch niemand ist zu Schaden gekommen. Soweit es mich betrifft, will ich es bei einer Rüge belassen, das gilt auch für Dr. Wilson. Ihnen, Dr. Watson, steht es selbstverständlich frei, eine andere Entscheidung zu treffen und die Sache zur Anzeige zu bringen. Es fiel mir besonders bezüglich meines örtlichen Kollegen nicht leicht, doch rang ich mich dazu durch, meinem Freund zuzustimmen. Sie haben und hatten von Anfang an Recht, Holmes. Es gibt keinen Fall. Von meiner Seite aus ist die Angelegenheit ebenfalls als erledigt zu betrachten. Bis auf eines ergänzte Holmes und hielt den Abschiedsbrief in die Höhe. Selbstverständlich hat Miss Williams ein Anrecht auf die Wahrheit. Sie wird sie nicht glücklich machen, aber Gewissheit über das Schicksal ihres Vaters schaffen. Daher werden Dr. Watson und ich ihr diesen Brief überbringen und sie über die tatsächlichen Ereignisse in Kenntnis setzen. Wir gingen alle wieder zu Bett, um wenigstens noch ein wenig Schlaf zu erhalten. Am Morgen verzichteten Holmes und ich jedoch auf das Frühstück und verabschiedeten uns bereits nach dem Aufstehen von den Kämpden Schwestern um einen der ersten Züge nach London zu erreichen. Während der Fahrt blieb Holmes zunächst wortkarg, doch ich hatte noch Klärungsbedarf. Sagen Sie Holmes begann ich, haben Sie mich bei diesen Ermittlungen absichtlich gegen die Wand laufen lassen? Aber keineswegs versicherte mein Freund. Ich habe Ihnen lediglich freie Hand gelassen. Wie Sie sich vielleicht erinnern, wollte ich diesen Auftrag ablehnen, doch Sie bestanden darauf, den Leichnam von George Williams zu untersuchen. Insofern habe ich diese ganze Unternehmung eigentlich als Ihre Ermittlung betrachtet, bei der ich Ihnen nur beratend zur Seite stand. Meine eigene Ermittlung. wiederholte ich nachdenklich. Dann habe ich mich dabei wohl vollständig blamiert und muss das auf meine Kappe nehmen. Meine Mörderinnen sind unschuldig und mein Mord ist ein Suizid. Ja, sagen Sie es nur offen, ich habe umfassend versagt. Doch Holmes war anderer Meinung. Nein, mein lieber Watson, Sie können nun mal keinen Mörder überführen, wenn es gar keinen Mord gibt. Aber Sie haben etwas anderes, sehr Wichtiges erreicht. Nur durch Ihre Beharrlichkeit ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ohne Ihren eifrigen Einsatz in dieser Sache wären die wahren Todesumstände von George Williams ungeklärt geblieben. Verbuchen Sie das als Erfolg, Watson, denn es ist einer. Danke, Holmes, erwiderte ich beinahe gerührt. Ich weiß das zu schätzen. Sie verstehen es, ein ramponiertes Selbstbewusstsein zu reparieren. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob mich Holmes nicht doch einer Art Prüfung unterzogen hatte, die ich nicht bestanden hatte. Für mich ergab sich daraus aber nur eine logische Schlussfolgerung. Ich musste noch hart an mir und meinen Fähigkeiten arbeiten, wenn nicht mehr als ein Arzt, nämlich auch ein kompetenter Detektiv sein wollte. Mehr denn je war ich davon überzeugt, an der Seite von Sherlock Holmes noch vieles lernen zu können. Das ist ein das ist ein das ist Vielen Dank.